Ich bin nicht... Bounty vielleicht... Mal sehen. Ricky ist auf jeden Fall schon mal raum. Ist das gut? Ansonsten... Necro im Gegnerteam, okay. Draw, das wird ja nur nach einem Fernkämpfer schreien. Wind Kombination natürlich. Underlord als Roam, als Carry? Der Support für mich bleibt. Mal wieder. Ranged Support Bane? AA? Mit Slark. Ich mach mal mal überlegen. Machen wir uns mal die Supports an. Dazzle wäre noch drin, aber mit... Aber er könnte mit Grave. Oh... Oh... Phantom Lancer. Oh... 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 Ähm... 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 Dark Willow. Sorry. Pangalier Sedana. Dark Willow. Ähm... Support. Kingslark. Äh... Ich weiß nicht. ... Storm. High Damage. Ich glaube Und noch mal? Das ist nicht gut. ich glaube nicht dass ich erst lag darunter setzen komisch dass jeder den lancer skinn hat ok 23 12 bain carry fort Neckoboxen. Nightmare on Midlane, before 5. Oh, ich hab ganz schön viel Damage tatsächlich. Nightmare ist aber teuer auch. If I must. God, I really hope this match ends up being of any cosmic significance. Bane ist schnell. Hmm. Hmm. Jetzt hatte ich eine Überlegung, wer hätte in der Firma zu spielen, wenn das jetzt ganz gut läuft. It is time. Ich kann's schwerlich. Äh, wer ist Penglia mit? Äh, doch. Penglia mit? Warum nicht? Ist auch ein Curry. Hmm. Oh, das tut dem weh. Huhuhuhu. Warum? Füßliche Resistenz. Aber meine Angriffe sind doch nicht füßig, oder? Wow, ich hau ganz schön viel Damage raus für so'n Anfang jetzt. Natürlich nehme ich auch viel Damage, aber... Das ist auf jeden Fall wert, nachdem ein bisschen auf die Finger zu klopfen, dass der da nicht ganz so viel rausbekommt. Da. Ja. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? mal hier rein, wie denn es passiert. Muss ein bisschen gucken. Okay, Slark fehlst. Uh, ist erstmal keine Last Hits mehr kriegen. Upsa. Brainsap. Gut, das Einzige, was mir jetzt fehlt, ist ein bisschen was vom Soul Ring. Brainsap, warum nicht? Dann kann ich mich hier ein bisschen treffen lassen. Und Brainsap mit den Kerlern. Mist. Nope. Nicht damit. Ah, scheiße. Das war meine Clarity. Verdammte Axt. Das war meine Clarity. So ein Mist. Oh Gott. Ehmt. Sleep no more. Agreed. Ja. Okay. Ich hole mir beides, äh, Gold. So. Schon krass, dass man mit Bane erstmal keine Boots braucht, weil der seine Base-Geschwindigkeit bei 310 liegt. Was gar nicht so schlecht ist. Was gar nicht so schlecht ist. Ich guck, ne? 35, aber sie hat schon Boots. Mit 35. Bonus? Bewegungstempo. Ja. Brainsap. Ah. Gegen Storm. Das ist interessant. Ups. Jetzt muss ich nochmal... Ist das ein fester Betrag? Schaden, Heilung. Ja. So. Hmm. Equal. Wenn du weniger hast, hast du weniger. I go. This guy got him doing anything, Karli. Hm. Kein Mannheim mehr. Okay. Ich hätte mit mir meinen Brainsap finanzieren sollen. Dang it. Was? Gut. Oh, das ist stark gegen... Haha. Oha. Das ist stark gegen irgendeinem Kollegen. Ich hoffe, was... Ich weiß nicht, dass Bane so heavy ist. Ich meine, klar, Bane muss heavy sein. Ich meine, klar, Bane muss heavy sein, aber... Ich meine, klar, Bane muss heavy sein, aber... Tatsächlich fehlt ein Necrophos. Warum auch immer ein Necrophos fehlt. Brainsap Kombi. Was klingt der denn, wie blöde da? Wollen wir doch mal sehen. Oh, ich sollte vielleicht mal ein bisschen was auf Wards sparen. Scheibenkleister. Schau. 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 Um. Ich sollte echt mal mich ein bisschen um Wards kümmern. Schau. 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 Um. 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 Schau. 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 Lancer? Okay, Lancer. Kriegt jetzt die Lane, Level 6. Okay. Hat er einfach keinen Bock drauf. So, schön. Oh, wer war da? Beginner Linie, Bläh. Okay, da ist Storm, sollen wir ihn mal... Finstript. Oh, schade. Komm doch mal her, dann verpasse ich dir noch was. Wer ist da? Ah, die Range ist hoch, aber nicht so hoch. Finstript ist, oh... Ich könnte ihn in den Schlaf versetzen. Wirklich. Hm, klopft ihr euch mal. Hey, ich hab gesagt, klopft ihr euch. Ach, who cares. Ab und an Tauern mit euch. Guck mal uns. Oh, oder auch nicht. Tatsächlich nicht. Upsa. Upsa. 300 damage damit wird er fast hinüber das ist ja fast wie ding ist die nuke von nick of us da kommt man ja da ist nichts mehr shit die haben es leer gefarmt und dark willow das sieht so aus als wir da ich muss wegen sporten sondern es ist echt tödlich. Naja. Oh shit. Ja. Ich bin doof. Moment. Ich hab auch was gesehen. Okay. Dark Willow, Hand of Midas? Was soll ich denn sonst tun? Boah, ist der Tower schon weg. Geh ich auf Top. Ich weiß, hab ich meinen Sleep noch gar nicht eingesetzt. Oh. Eine Sekunde. So. Shit, keine 200 parat. Shit. Okay. Falsch reagiert. Oh. Da ist Dark Willow. Gut, dass ich da einfach einkaufen gehen kann. Ah. Jetzt hab ich vielleicht ein kleines Problem. Oh. Das macht ja auf jeden Fall schon mal weniger Schaden. Der Brainstap, den ich genauso gerettet hätte? Nein, bestimmt nicht. So, jetzt ist mal Zeit hierfür. Der Storm ist in der Mitte, aber... ...den wir mal ganz schnell da weg haben. Ah, ganz schön, Jungs. Wow Wow Oh. Ah. Upsa. Hm. Ist ja Mana intensiv, was ich betreibe. Der wird was dann mal machen. Ähm. Okay. Vorteil, wenn wir es ein bisschen gepusht haben, ne? Ich muss mal gucken, ob ich... Ja. Uuh. Nicht gut. Ähm. Sven ist da. Ja. Ja, ist da hin. Ja. 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 Scheiße. Der würde keine Vision bringen. Ich hab halt keinen Wave-Clear. Ist ein bisschen ärgerlich. Ja. Storm... War da unterwegs. Meine Fresse, wenn ich mal ein ordentliches Fiendscript hier bekommen würde. Oder sowas in die Richtung. Sven. Fiendscript habe ich auf jeden Fall bereit. Fiendscript habe ich auf jeden Fall bereit. Hier ist... Da ist Necro. Dang it. Oh shit. Und da ist Dark Willow. Und ich hab ein Problem. Uhuhuhuhu. Abflug. Ach du Schande. Ich mein, ein bisschen Brainstapping würde mir jetzt auch helfen, ne? Komm. Yes. Danke dafür. Ah, ich hätt' meinen Ring dafür ein, wenn ich... Ah, wenn sie waren. Es sind immerhin 300. Ich bin der Einzige, der hier im Moment Mana verbraucht. So ein Mist. Ähm. Ist okay. If I must. Now close to me. Viel Spaß jetzt, Sven. Das ist ja auf jeden Fall nicht einfacher machen. Nein. Nein. Komm schon. Aber, wenn es hinüber. Ja. Hohohohohohoho. Aber nicht viel mehr. Ach. Ähm. Nein. Irgendwann haben wir nicht so viel Damage. Habe ich den Eindruck. Es ist ja hier. Hm? Nein, 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 nein. Junge, 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 das ging nicht ganz so gut aus, wie ich gedacht. Shit, der hätte nicht da gesippt, wäre ich da doch mit dem Fiendscripting gekommen. Wenn ich ihn abschneiden kann. Ich bin dran. Mist, ich hätte vorher wieder mal meinen Soloring benutzen müssen. Shit, voll vergeigt. Ah, dang it. Oh, ich habe vier Wads, ich sollte mir mal die Beikommen lassen. Da ist Pengiria unsichtbar. Ich kann eigentlich nur Brainstapen, das hilft nicht viel. Ich bin dran. Daut ja nur, ich bin dran, ich bin dran. Hm. Woah, ich hab Field Damage. Woah, ho ho. Auf jeden Fall brauche ich einen Enfibel-Stil-Schaden. Oh, okay. Oh, okay, okay. Das ist interessant. Nein! Hm. Das kommt davon, wenn keiner hilft, verdammt Drax. Da werden keine Mords durchstehen, aber Mist. Mein Aufgaben. Oh, nöderweise. Oh, komm. Ein James-Punkt. Ich hab nicht so ein tolles Spielquad als Bane. Hm. Falscher Skillbaum am Anfang vielleicht. Was ist da? Der hat da Gula fast fertig gemacht. Was ist da? Komme ich da rein, um Mords zu stellen? Okay. Ach, das sind nur Ilos, okay. Ich kann nichts machen außer seinen Mana wieder auffüllen. Ich bin hier. Ja, gut. Gut, ich mein, ich hab noch die Regen-Aura. Das hilft durchaus. Okay, mit haben sie Probleme. Slug ist auf Top. Ich bin gegangen mit. Okay. 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 Er wollte also tatsächlich nicht... We just love you. Ist der gerade einfach weg teleportiert? Ich hoffe es doch war. Ihr dritten ist 08. Dann könnte ich hier nochmal... Der ist anscheinend echt einfach weg. If I must... Komisch. Achso, das sind die verschiedenen Sperre. Ich werde jetzt eben mit einer Evis-Ruhe ganz gut beraten. Dark Willow kommt. Nein, kommt nicht. Ja, ich hab jetzt leider nichts. Antipi, obwohl das mal eigentlich meine Aufgabe wäre. Mist. Verdammt. Ich hab alles. Die Frage ist... Mist. 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 Unstoppable! W-U-U-U-U-U-U-U! U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U! DEN. DEN. Nein. Buschbar, Buschbar! Welcher! Net... Every coin helps. Sleep no more. Okay. Very good. Okay. Oh, naja, dann kann ich ihm noch... Ich habe aber noch mein Dings rausbekommen, dass er nicht viel Damage macht. Okay. Woah. Shit. Shit. Bane ist geil. Bane ist geil. Oh, jetzt bin ich gefangen. Ah, Mist. Ist egal. Racer, wunderbar. Ja. Kann schon... Und deswegen habe ich immer einen Manta-Styler, äh, äh, Dings dabei. Oh. Oh. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Verdammt. Und rast da. Ups. Oh, shit. Wer ist der Slug? Ah, okay. Oh, shit. Nein, sag nicht, dass er mir nachläuft. Das wäre echt übel. Ich habe gar keinen Bock drauf. Warte, ist mir einer nachgelaufen? Ist mir ein Krieg nachgelaufen? Freundbooster? Ja, was will der mit einem Freundbooster? Bitte. So. Hm. Okay, Moment. Hat er mich gesehen? Shit. Sie haben mich gesehen. Okay, Sven ist aber schon längst wieder weg. Das wäre jetzt echt übel, tatsächlich. Dang it. Ich brauche einen besseren Mana vorher. 1000 reicht bei weitem nicht. Ich überlege, dass das gleich 400 kostet. Ich würde ja gerne unterstützen irgendwie mit Zaubern oder so, aber... Dann habe ich mehr Schaden. Ich bin Gold. Ob das jetzt grundsätzlich so... ...wert ist. Ich hoffe mal nicht, dass das ein... ...Vengard ist oder sowas. Was für irgendwen rauskommt. Und das ist sehr groot. Dafür jetzt? Na ja. Das wäre aber noch ganz gut. um sorry I couldn't I mean if I had that I couldn't have done it oh wait I have no problem eh kurie ist ja auch irgendwie dämlich ähm ich bin da mit allem was ich habe warum nicht erst mal schlafen geschickt das war einmal Sven ok der ist Sept raus oh aber I'm just going to buy something oh ist der ne warum hat Radiant seine Tower verstärkt ähm upcoming fight jetzt bräuchte ich tatsächlich Stufe 2 aber ähm ah ok Deswegen habe ich mich rausbekommen. Es sind nicht genug Leute da. Kein Backup. Leider kein Backup. 3, 3, 10, 19, 10. Gott, Junge, ich bin hier ganz unten im Net Worth. Ich bin hier seit Worts am Kauf. Das Leben von einem Support ist schon langweilig. Obwohl Bane natürlich echt badass ist. Was ist das? Was ist das? Genau daneben. Knapp daneben. Knapp daneben. Was ist das? Hey! Ah. Okay. Timing. Timing. Ah, shit. Dann bricht er dann genau dann ab. Nein. Ich muss mal gucken. Ich habe Worts. Was ist das? Was ist das? Nein. Nicht wahr. Was ist das? Nein. Nicht wahr. Was ist das? Nein. Wir. Ah. Oh. Oh, 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 oh. Alles klar. Die Frage ist... Negro oder Slark? Oh, da gehen wir gerade auf. Was ist das? Oh mein Gott, was ein... Heftige Humor. Geht weg auf den Raks, geht weg auf. Slugfield und Storm. Slugfield. Okay. Okay. Slugfield. Double kill. Slugfield. 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 wow shit oh shit Shit, das war mein Fehler. Wow. Wow. Das... Die Stadt der Gmülle wurde zerstört, okay. Oh, Rausch. Können wir jetzt mal ein Alkohol. Oh, okay. Ich hab mich schon gefragt, wo kommt das komische Geräusch her? Kann ich meine Ulti auch auf... Ähm... Oh, ich hab ne Idee. Auf jeden Fall ne Idee. Alter, bin ich mittlerweile... Double Damage. Oh, das ist gut. Oh. Witzig. Aber ich kann... Seine Damage nicht reduzieren. Ah. Ah. Ja. Hm. Blink. Da ist ein Nekro gewesen. Da ist ein Nekro gewesen. Das... Oh, ho, ho, ho. Alter. Oh, ein Abflug. What? Ah, ich hab Damage geklaut. Oh, shit. Dekorier. Ich muss aufpassen. Dekorier, dekorier, dekorier. Nein, diese scheiß zwei Sekunden. Nope. Nope. Gut, dass ich da sehe. Uhuhu. Ah, ich muss den Kurier zurückschicken. Mein Gott. 414. 414. Ähm, hm, doof. So. Oh, ich hatte ein Herz. Okay. Oh, in this. Oh, yes. Oh, yes. Definitiv. Oh, Abbruch. Hey. Unwind. Who cares. Who cares, ob die überhaupt durchgehen. 25c. Das ist übel. Aber ich bin trotzdem auf Level 21 gekommen. Tja, 4, 4, 14. Nicht schlecht. Ich hätte nicht gedacht, dass es ein gutes Lancer-Game wird. Aber ich habe mit... Mit wem war ich unten? Wind? Wind war ich unten, ne? Habe ich ja hoffentlich einen guten Start ermöglicht. Ich meine... Items waren nicht schlecht, von daher. Wie sieht denn das Diagramm aus? Wir haben dann in unsere Richtung geflossen. Und ich mit Bane. Au, Necro war unter mir. Das war noch nicht mal... War das eine Support-Necro? Nee. Nee. Vor allem, der war kurz vorher noch... Gut, wie viel gestiegen wäre er nicht mehr? 9, 6. Wäre auf 10 gekommen. Wäre ja ungefähr das selbe wie... aber es sind also drei die auf derselben höhe enden wenn nicht mehr und dass ich als support als letzter der lande finde ich vollkommen okay schick 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 ich bin warum bin ich so ein guter support das nervt aber hey eine lese lager mit shadow scharmen möchte grieber mit den anderen mehr geben sollen ja was soll man machen ich vielleicht noch ein paar camps decken können aber okay so bewertung auch da chaos night tatsächlich höher als ricky jetzt bin ich mal gespannt bei ihnen ist ja das da soll gewesen ja obwohl meine bewertung ich bin gesehen habe ich bin gesehen aber ich habe auch drei niederlagen damit gut dann ist meine bewertung natürlich für den arsch liegt im mittleren bereich und daher bei ihnen rekord zwölf sechzig alter zwölf kills mit bain ja ganz schön korrupt hier naja ja schade das ist ein normales so ich muss heute noch ein bisschen was machen morgen komme ich nicht morgen bin ich spät dran und da hänge na gut wir sehen uns dann in der nächsten folge schau